schon wieder ein grafik bug gehabt gibt es nicht da ist eine fledermaus ja da ist das herz jung nimm dir das herz jung kannst direkt benutzen junge ich erst mal kurz gucken ich habe ja 120 schon ich bin zu leise oder so ich weiß auch nicht ich habe das gefühl es geht hier nicht wirklich weiter naja warte mal ich lass doch hier gleich dann machen wir hier bloß so kann das wasser nämlich abschließen können wir uns hier weiter runter buddeln ich wollte nur mal eben hier licht machen ja genau so ich komme ok ich recht zu links ja jackpot das baue ich gleich ab und du lässt mich natürlich ja genau genau zum block mutterjunge ich jetzt so einen trank genommen oder warum steht da vier sekunden drei sekunden zwei plan habe ich aber auch vergiftet oder so können sein warte mal wo ich habe aus Versehen dran genommen könnte auch sein ja ich hatte das aber auch gerade recht ja ja darum komme ich nicht dran sollen wir wenigstens mal eben türen looky looky mal da ne klau ne klaue kralle schon beigestorben nee aber da ist das was interessant aussieht das ob das wieder ein dämonit erz oder naja aber ich habe noch ein ding und aber für ein dämonit erz nach haftbombe meinst du wenn dann vielleicht ist ja nicht nur eins ist er jetzt mehr oder wenig das ist nur eins und für eins würde es nicht machen aber dahinter ist robin und hier ist ja dann kümmert du dich mal darum und ich kümmere mich mal hier um das silver damit nicht wieder so kommentare kommen wie du hast was vergessen der rico mag das nicht wenn ich nach meiner mama rufe oh keine scheiße gleich ein bisschen weiter zu gehen ich glaube hier ist so gute fall falle ja ok jetzt nicht mehr ach guck mal und rechts unten sind fläser fläser mäuschen soll ich sagen soll man die ertrinken lassen die fläser mäuschen kann man die einfach ertrinken lassen ne ne scheiß idee komm hoch ziemlich scheiße idee wie viele das vor allem sind wir machen wir bloß noch mal machen wir habe ich ein knicklicht ich hab ich hab gedacht ich würde voll auf die fresse kriegen ok wir müssen noch einen weiter aufbauen warte ja hilf mir mit bin dabei fünf gefühlte stunden später na komm ja ja geht doch junge die fresse jetzt gut weit runter würde ich sagen genau guck mal da checken wir da wieder aus und so alter ja bist du zu dumm ok ich hab zwei bomben gekriegt und noch irgendwas und ich geh grad voll down wegen irgendwas na wegen einer wedermaus mach die mal tot mach du die doch tot ich verstehe das ja nicht du kannst rumhängen und alles andere machen ich hab das voll vergessen und chillst da rum da hängt da erstmal rum und sagt mach ich mal was vor allen dingen ich hab auch nicht mal irgendwie was mit äh mich geheilt oder sowas ne muss ja nicht sagen wir machen hier die tür auf ok das könnte jetzt ein bisschen dauern naja ich hab immer voll die grafik box schalalalalalalalalalalalalalala wichser äh war das am haus ne an diesem häuschen war das ne bei uns runter ja ja war schon richtig ja ich hab keine ahnung wovon du redest aber ja 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 ich geh schon mal tiefer boah alter das muss ich jetzt erzählen ich hab gestern eine pizza gegessen ne boah hier leuchtet richtig viel mein freund hier ist ne neue ebene glaube ich ja pass mal auf wie du gleich leuchtest ne jetzt mal ernsthaft ja ja mein ich auch ähm ne ich hab gestern eine pizza gegessen die ja wach mal links oder rechts ach ne links ähm die hat nur nach tomate geschmeckt ich hab da käse draufgekommen wie sonst was der da war nur tomate voll ekelhaft ähm aber zu deinem leuchten find ich geil wie viel leuchten ist denn da viel ne hast du gesagt was so hier leuchtet alles neonblau oh geile scheiße also es ist hier ein neuer wie sagst du biom ja genau ein neues biom merk dich das junge deine mutter merk ich mich homo jungen frückter homo oh oh blobi 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 fuck you und da ist ein zombie lee einer der krallen kauft verkauft und der hat mich gerade voll ja genau geh weg es ist übrigens matsch was du googeln wolltest slit oder was naja slit hört sich an wie slut ich krieg grad hart auf die fresse nicht ich hab mir mal nen kekschen gegönnt ach leute geht drauf geh nicht mehr auf die eier stirb ähm ich glaube ich habe ein kleines problem demnächst ich höre überall zombies echt ja das ist scheiße ja deshalb müsstest du mal so langsam kommen weil ja irgendwie kommen mir voll viele fledermäuse auf mich zu ich bin grad aufm weg aber ich hab auch mit einer fledermaus zu kämpfen gerade gehabt ähm grappling hook so darunter so warst du ganz links auch schon wie ganz links wo bist du denn überhaupt ja da wo ich grad gestorben bin quasi ach ne das ist nur ne qualle so ne fette oh was was denn wie episch ist das denn bitteschön ich weiß ja nicht wo du bist aber ich bin hier ja da wo alles so neon leuchtet ja sag ich doch oh gott oh gott oh gott oh gott scheiße scheiße dachte ich versuch zu kommen halte durch wo bist du weiter unten ja merke ich fuck meiko ohne dich geschafft opfer opfer jonge hier geht es immer weiter runter ey aber wenn du das glaube ich frisst dieses diese mushrooms dann leuchtest du auch ich versuch mal nö kann ich nicht ist ein x bei mir ach so weil ich ne heiltrank wahrscheinlich genommen hab ach so ja ne du leuchtest aber dann noch nicht das ist lame da habe ich mir jetzt aber was anderes von versprochen ne so nicht freunde der sonne so nicht hier oben ist auch jetzt grad nicht wirklich spannendes da ist aber cool und das habe ich gar nicht gesehen ich habe gedacht das ist ein bisschen extra hin ne das war nicht meine idee ja genau da kommt ein kleiner wichser den können wir jetzt nur mit den ich habe irgendwie das gefühl die bummerang sind stärker als das schwert ey ja habe ich auch so vier ne da wollte ich nicht hin da wollte ich hin so ungefähr jedenfalls klären alter scheißviecher ich sollte vielleicht mal öfters man ey ey äh ich habe ein Problem glaube ich ich bin grad zu nubig hallo hallo äh da kommen dir ganz viele zombies entgegen fuck wir müssen hier aber lang müssen wir nicht wir können versuchen wir auch noch ein bisschen mit dem schwert ne ich weiß wie wir das jetzt machen also hier sind voll viele mal machen wir das haben wir die mal ein die geben alle wieder leben die mushrooms äh riesenblock aber fettes riesengloch ja boah alter höh ich würde dir ja grad gerne helfen weil ich ok ich krieg grad äh so ziemlich fast fett auf die fresse komm her komm her du fette Sau äh 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 noch habe ich leider nicht mehr lange wo Fledermaus und Alter jetzt geht es aber los oder was das ist weil wir hier glaube ich keine Fackeln haben oder so habe ich das Gefühl ja ich glaube auch war doch ein bisschen Minecraft mit drin war Mann da ist immer noch jener wieso holst du hier denn nicht ja wollte ich doch hm war dabei Junge ja schaffst du schon ne schaffst du nicht doch schaffst du komm wir graben uns jetzt hier einfach weiter runter es wird zu dumm wenn ich jetzt hier außen rum laufe naja aber wir graben uns durch ist glaube ich noch besser was ist das ein kack hier ey graben graben was sollte das denn werden was ist nicht die Melodie mit der Grund brrrr brrrr ach so ach dach wolltest nicht davon Remix machen ich wollte grad ne Fackel sitzen ne von von der Melodie wenn du oben bist Vamos 교äre nach 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 die auf 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 das ab Ach ja...